ja hallo das ist das ebay angebot von jockey 2506 bei ebay es handelt sich hier um ein super nintendo 20 spiele dabei voll funktionsfähig leichte gebrauchsspuren sichtbar was in den jahren logischerweise vorkommt die spiele sind einwandfrei das könnt ihr gleich auf dem kleinen videoclip den ich da eingestellt habe sehen und die spiele sind so donkey kong pacman naja und dann gibt es noch ein adapter teil für gameboy spiele sind auch drei stück dabei mario ist immer dabei und das legendäre alte tetris und immer schlümpfe also insgesamt sind es 23 spiele 20 super nintendo spiele die ich noch extra schriftlich aufführen werde und in den debout mit einbringen werde ja guckt euch den clip an und dann entscheidet selber das sind drei täten richtig alte sachen hatte jetzt mal spaß gemacht die dinge zu spielen viel spaß ciao Musik 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 Let's go! 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 Let's go!